Mein Name ist Simon Seifert. Ich bin Fußballer und Parallel-Athlet und hatte, wo ich 15 Monate alt war, eine schwere Meningangokoknosepsis. Auf jeden Fall habe ich bis jetzt 80 OPs hinter mir. Ich bin im Waldklinikum in Eisenberg. Da bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Ärztin und allgemein mit dem ganzen Personal dort unten. Also ich bin zufrieden.